Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Genau. Hallo. Osborne Cox? Ja. Ich dachte, Sie machen sich vielleicht Sorgen über den Verbleib von Ihrem Geheimscheiß. Das, was Sie hier tun, das nennt man Erpressung. Aber ich bin doch bloß ein guter Samariter. Geben Sie mir die CD und hören Sie auf, wenn Sie das Geld haben, Sie Arschgesicht. Wo ist das Geld? Er hat's mir nicht gegeben. Und wer ist dieser Pfarrer? Das ist heikel, Herr Fickt Mrs. Cox. Fahr um die Ecke, wir machen's hin. Du bist so vulgär. Hinten im Wagen, ich hab nicht gemeint von hinten. Was ist deine Kostprobe? PC oder Mac? Die Russen? Was haben die Russen damit zu tun? Sie könnten auch ein Spion sein, Madam. Wir wissen eigentlich nicht, hinter was die alle hier sind. Halten Sie mich auf dem Laufenden, wenn etwas läuft. Hey, wer sind Sie? Sieh raus! Wir schließen uns mit dem FBI kurz wegen dieser Leiche. Nein, nein, verbrennen. Die Leiche wird verbrannt. Ihr gut. Ich soll mich aufhören! Ich sollte mich aufhören! Ich habe mich aufhören! Untertitelung des ZDF für funk, 2017